Willkommen zu einem neuen Video und heute spiele ich zusammen mit Unge, Maluna und Tim Mario Party Superstars. Falls euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Und jetzt viel Spaß bei diesem mehr als verrückten Video, in dem es viel Geschrei, aber auch viel zu lachen gibt. Ich nehm Birdo, die sieht so ordinär aus. Oh, ordinär, oha. Das ist der Traum eines jeden Mannes. Beim letzten Mal hat Yoshi mir gute Dienste geleistet. Stimmt, letztes Mal hast du gewonnen, Yoshi. Soll ich Yoshi nehmen? Ja, mach die. Glaub ich dem Yoshi, weil das Gute ist, Glu, schau mal, Yoshis Nase ist das Gegenstück zu Birdos Nase, die können ineinander reingestellt werden. Das heißt, ich kann dich einsaugen. Ich hör das nicht mit dem... Maluna wieder... Ein bisschen Oral-Vario Party. Was sonst? Wollen wir den Birthday Cake spielen? Moment kurz, Moment kurz. Ist der... Ich muss ganz kurz noch das neue Stream-Overlay reinmachen. Sekunde. Das habe ich im VIP-Chart ein bisschen weiter oben. Habe ich gefunden, du kleine Maus, du. Bist du eine kleine Maus. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. So. Und jetzt habe ich euch. Hier. Spiel mal heute den Geburtstagsbuch. Wer hat den Geburtstag? Ja, der Gnu hat Geburtstag. Ja, ich werde 50. Birthday to you. Birthday to you. Birthday to you. Danke schön. Okay, ähm... 60. Warte ganz kurz, bevor du 60 machst. Ja. Du, du möchtest eine 60-minütige Runde spielen? Wir können auch 2, 30 Minuten machen. Wir können auch 60, aber ich meine, ich frage mich nur. Hast du nur 60 Minuten Zeit oder möchtest du eine 60-minütige Runde machen? Ah. Ich muss danach noch so ein richtiges Up-Fuck-Game spielen und ich überlebe das psychisch nicht. Dann würde ich eher auf 45 Minuten gehen, weil 60 Minuten dauert länger als... Also 60-minütige Runde dauert meistens länger als 60 Minuten. Okay, dann machen wir das so. 45 Minuten. 45 Minuten, das ist so. Edel. Alle Spielarten. Alle Spielarten. Musst du noch Five Nights at Dingens spielen? Nee, at Dead of Night. Kann ich euch allen empfehlen, das ist ganz schrecklich. Ja, ist das klärt. At Dead of Night. Das geht... Das spielt mal allein. Das ist wie Welcome to the Game. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Okay, okay. Gutes. Tschuldigung, Gesundheit. Danke. Das ist Geburtstagstorte. Das ist die bestimmt nicht mal. Die macht damit nur ein Instagram-Bild und lässt dann andere essen. Ja, ich habe das mal in Berlin, habe ich mal Mädels gesehen. Die haben bei einem Burgerladen ein Foto vom Burger gemacht und sind da gegangen. Ich dachte so, es ist die komplett falsche Welt. Einfach gerade. Leipziger Straße in Berlin. An unserem Burgerladen. Ja, cool. Die haben es drauf. So erst mal Hunger machen und dann nach Hause die Erbse essen. Ihr habt Nerven, habe ich mir gedacht. Die haben so Freunde, die denken so, ihr könnt echt immer alles essen und ihr nehmt nicht zu. Genau. Wir haben gestern schon wieder Burger gegessen. So wie jeden Tag. Aber wir gehen die immer nur hin und fotografieren und gehen dann irgendwie Karotten essen. Ich kann alles essen. Ja, das liebe ich. Spielst du zum ersten Mal? Nein. Nö, ich habe zum ersten Mal. Ich auch, aber egal. Da gibt es nicht so viel zu erklären. Ich will auf das Letzte. Sieben. Geil, ey. Ach so, die Cam ist am besten in der Mitte irgendwie. Links, rechts, oben und in der Mitte. Weil in den Ecken sind die Plätze. Heißt du, wo soll ich hin? Am besten in der Mitte. Ganz in die Mitte? Nein. Links, rechts, oben, unten in die Mitte. Weil in den Kanten oben sind die Plätze. Okay, dann ist es gleich. Motz, ihr könnt Betten machen für die Minispiele. Guck, jetzt siehst du es. Ah, okay. Dankeschön. Und unten, links und rechts auch noch rechts. Ihr seid so lieb. Kuss. Aufs Nussi. Aufs Nussi. Oh ja. Joshi? So, jetzt passt es vorbei. Ich drücke hier gar nicht. Ich ziehe das Spiel in die Länge. Weil ich die Zeit mit euch so genieße. Oh, süß. Okay, Maluna. Ja, mir geht es gar nicht. Warum, Maluna? Warum? Mario Kart lief nicht so. Oh ja. Oh ja. Neues Game, neues Glück, sage ich immer. Maluna. Da ist dein Affe auf dem Spielfeld. Stimmt, ja. Au. Boah, dieser Kugel sieht aber schon sehr gesund aus. Joshi ist auch da. Alle sind da. Außer Bördo, Opfer. Sein Panzer ist übel poliert, ey. Ich habe so Schuhpolitur. Du zeigst sogar deinen Boonie, so in der bist du also. Naja, ich lasse mich nicht lohnen. Oh, ich bin Erster. Wisst ihr, wie man es früher genannt hat? Schuhe putzen? Wisst ihr, wie man es genannt hat? Schuhputzen. Bentover, bitch. Ne. Was? Bentover. Nein. Jesus. Was did he say? Für Lederschuhe, so Schuhpolitur. Da gab es eine extra Bezeichnung für früher. Wie denn? Die hieß Schuh, bitch. Ja, stimmt. Dann hat man gesagt, Schuh, bitch. Ei, ich erinnere mich. Oh mein Gott, ich will diesen Kuchen essen. Ja, der sieht so nice aus. Die Himbeeren. Himbeeren und Blaubeeren und Erdbeeren und Sahne. Das ist keine Lüge, Leute. Das ist Schuh. Oh yeah. Darf ich mal in die Saugen? Schuh, bitch. Gibt es heute noch was? Ja, gibt es noch, aber es sagt keiner mehr, Schuh, bitch. Aber früher, mein Opa hat es gesagt. Und ich habe nicht gewusst, was er gemeint. Schluss jetzt. Ich will es auf YouTube hochladen, Mann. Biep, 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 biep. Oh. Ich mache da einfach ein Biep rüber. Wie kann denn das passieren? Hä? Warte mal kurz. Ich gehe anschaffen und du kriegst das Geld? Geil. Du sagst, du willst auf YouTube hochladen, dann sagst du, du gehst anschaffen. Es ist eh schon zu spät, Jens. Es ist eh schon zu spät. Let's go. Mach diesen Zauberwurf. Oh, ne 3? Und wird das ein guter Wurf oder ein schlechter? Mach diesen Zauberwurf, wie geil. Oh ja, das wird ein guter. Nee, es wird ein schlechter. Nein, der klaut mir auch Münzen. Nee, du kannst deine Pflanze replacen, Alter. Dann kannst du anderen Leuten klauen. Oh ja, mache ich eine kleine. Eine kleine Pflanze, ja. Kleine süße, eine süße. Oh, eine süße Pflanze. Ich pflanze gerne auch Pflanzen, ja. What the fuck? Ach, das ist so wie bei Monopoly. Leute, die auf mein Feld gehen, müssen wir jetzt Miete zahlen. Ja, wir müssen alle Straßen kaufen hier. Oha. Let's go. Warum heißt das eigentlich Superstars? Was ist der Unterschied zu den anderen Mario Partys? Ich habe das fast alle zusammen so ein bisschen. Du kannst ja zwischen verschiedene Welten aussuchen. Ah, genau. Das ist das Best-of aller Mario Party. Aua. Oh, du bist so auf mein Feld gegangen. Bist wie geil, Maluna. Nein. Es tut mir leid, Maluna, aber ich habe deinen Würfel manipuliert. Neun Stück geklaut. Ich habe dich ge-gaslighted. Aber ich liebe Kapitalismus. Let's fucking go. Das fängt gut an. Das fängt gut an. Kugelspaus. Das ist richtig geil. Das ist Demo das Lieblingsspiel. Ja. Ah, ja. Hier können wir üben. Wenn ihr fertig geübt habt, könnt ihr dann Plus drücken, dann seid ihr ready. Okay, Gnu hat nicht geübt. Du, hast du gecheckt, wo man übt. Oh, Mann. Ja, alle mal runter, damit Gnu mal üben kann. So, jetzt Gnu. Du kannst hier in diesem kleinen Fenster üben. So, damit du weißt, wie das Spiel funktioniert. Okay, geil. Vor jedem Game können wir einmal Übungzone machen. Wenn wir alles bereit fühlen, drückt ihr Plus und dann geht das Spiel richtig los. Und dann geht es um Punkte. Jetzt ist alles mal so übel. Okay, Scheißspiel. Das hat die ja verstanden. Okay, da gehen wir jetzt rein. Okay, let's go. Möge der Bessere gewinnen. Oh, oder die Bessere. Oh, scheiße. Nein. Oh, oh. Oh, hallo, was sagt man nicht? Also, ich glaube, das Video wird gelb. Oh, nein. Na, boinken, boinken, boinken. Boink, boink. Wow. Hä? Als ob wir alle überleben. Simon, mach nicht den jetzt. Mach nicht den jetzt. Nein. Oh, Simon. Oh, du arschig. Oh, Simon ist ein Arsch. Oh, nein. Verdient. Verdient. Geil. Oh, das ist lieb. Hast du gut gemacht, Kno. Dankeschön. Weil du hast einfach nur ein Stär, eine Münze, deswegen ist es gut. Ich hasse meinen Charakter, der ist so scheußlich. Ich hätte es bei Luna auch gekönnt. Nur Timoros gönne ich das gar nicht. Gegenseitig mit unseren Balls von der Insel geschubst. Mir ist so wichtig, nicht letzter zu sein. Das werde ich dir schon abnehmen. Oh ja, das ist auch eine gute Herangehensung. Weil, weil, ähm, in der Mitte, da kommt die Brigitte. Das ist ein Sprichwort. Okay, you can do it. Ja, auch eine 7. Hast du heute da? Oh, wo bist du denn jetzt hin? Ja, ich bin tot. Du hast mich getötet. Okay, Leute, wir wirfen jetzt was richtig Schönes. Oh ja, das gefällt mir. Das ist eine gute Zahl. Ihr könnt gerne, Gnus, wenn ihr wollt, auch zwischen den Minigames immer mit euren Gnu-Punkten dealen. Vielleicht könntest du ja meine Mods einrichten. Was ist denn deine Lieblingszahl? Meine Lieblingszahl ist 13. 69. Und du, was ist deine Lieblingszahl? Ähm, 30. Und deine? Meine Lieblingszahl ist, ich glaub, 8. Hä, ist nicht bei dir jedes Mal was anderes eine Lieblingszahl? Ja, ja, bei mir ist meine Lieblingszahl immer anders. Äh, Donkey Kong, aber Lieblingszahl ist ja, oh mein Gott, wenn du jetzt einen Stern bekommst, ist richtig krank mal, Luna. Ich würd's dir gönnen. Nee, da ist kein Stern. Du könntest einen Stern bekommen, du könntest... Oh, Münzen. Aber du hast zumindest deine Münze zurückbekommen. Nice. Wir sind alle wieder auf einem ähnlichen Münzniveau. Junge, Junge, Junge. Okay, nächstes Minispiel. Gumba, Gata, oh nein, das ist mein absolutes Hass-Mini-Spiel. Oh nein, was ist das? Ah, das hasse ich das. Man kann nicht viel machen, man kann nur den richtigen Menschen loslassen. Ihr könnt einmal A drücken, wenn genug über eurem Schatten ist und dann, ja. Dann hab ich dieses Minigame. So, ah, okay. Also so, du sammelst in der Community aufgeweist. Genau, genau. Gewaltsam. Hey, joint meine Community. Genau, ob ihr wollt oder nicht. Lass ein Follow da. Die kommt dann nie wieder raus. Die Spiel hab ich noch nie gewonnen. Now you are trapped forever. Komm, 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 Gold. Nein, nein, komm, 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 komm. Nein, warum kommt denn zu mir keiner? Wieso kommt denn keiner zu mir? Wieso kommt denn keiner zu mir? Du musst Reactions machen, Mann. Oh, Mann. Mann. Bei mir ist auch keiner gekommen, ey, Mann, ey. Ich hab wenig angefangen. Oh, nein. Oh, Gnu hat's gewonnen. Nein. Gnu hat den Gold. Schon wieder gewonnen? Gnu? Are you crazy? Okay, wir sind keiner auf der dritten Platz. Maluna, wir sind bei dritter. Wegen ist es keiner letzter. Crazy. Dieses Spiel ist aber auch wirklich, ich würd das am liebsten löschen. Nee, das ist geil. Ich hab einfach nur Glück. Das ist so geil. Hab das Gefühl, die Spieler wiederholen sich aber extrem, die Minigspieler. Da fände ich mal wieder reingeslackt, kann man das so sagen? Wir könnten mal den Action-Modus nächstes Mal vielleicht machen. Was heißt der Action-Modus? Was ist das? Da gibt's nur Action-Spiele. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Achso, ich will lieber alle Spiele. Hurra. Oh, süß. Ja, sie, drei Mann, die sieben hintereinander. Wehe. Oh Mann, ich hab voll den Delay. Wieso nur? Wieso nur? Oh. Wieso? Oh. Also, ich frag mich, ob das jemand synchronisiert hat oder was das ist. Ja, save. Oh nein. Ich find Mario-Party ist immer zu süß, um wahr zu sein. Das ist alles so übercute. Ich lieb's. Aber gelbe Yoshi-Beste, gelbe Yoshi-Beste. Es geht langsam voran gerade, also da muss noch ein bisschen mehr. Ja, langsam ernährt sich. Langsam ernährt sich, mühsam. Nee, mühsam. Mühsam ernährt sich. Wichtig. Immer nur sieben, dann macht ihr. Was ist mit euch? Ja, sieben ist eine heilige Zahl, ey. Mini-Spiel. Okay, das ist ein Mini-Spiel. Badabadab, badab. Ah. Badabadab, badab. Steinblock, schlacht. Schlacht? Schlacht? Äh, schacht. Ah, schacht. Ah, das ist Tetris. Oh, ich hab letztes Mal auch überhaupt nichts gerafft. Ich bin, ich glaub, ich bin zu dumm für dieses Spiel. Ich hasse Tetris. Äh, kann ich das auch drehen, die Dummsteine? Ja, wenn A dreht man. Ach so. Ja. Ach, ii, nur so kann ich die drehen. Äh, das ist ja wieder nicht. Nur horizontal. Äh, vertikal. Äh, okay. Das ist ja kacke, also da verliere ich. Ja, okay, seid ihr bereit? Nein. Wollen wir gleich gemeinsam skippen? Ja, komm. Einfach alle nix machen. Oh Gott, oh Gott, warum nur solche Spiele heute? Äh, ich muss hier... Äh. Bereiten wir ins erste Spiel? 100 Punkte. 100 Punkte. Wie will man hier 100 Punkte schaffen? Einfach Mühe geben. Stell dir an. Mühe geben. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Maui. Oh. Ja, Konzentration, ne? Konzentration hier. Keiner redet mehr. Das hier ist actually ein Game. Da muss mein Gehirn einsetzen. Es geht auch viel zu schnell alles, bin ich ganz ehrlich. Oh, wie gemein. Steine. Da kommen auch Fake-Steine. Äh, das ist ja ekelhaftig. Ah, das ist ja kacke. Ja, das ist richtig kacke. Oh, ne, ekelhaftig. Hä? 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 Oh, holy shit. Oh, ne, ich hätte umdrehen können. Ich bin nicht cracked. Ich bin so langsam. Ich bin so langsam. Oh, nein. Als ob man... Ja. Oh, das war krass. Oh, Gott, ey. Pain in die Ass. The pain is back. Hallelujah, the pain is back. Oh, ich glaube, ich schlag mich selber. Same. Komm, noch Power. noch Power. Oh, oh. Sie, massive, massive Balken hier. Massive Balken. Nein, nein. Reingeschissen. Ich habe auch keine Zeit, zu euch zu gucken. Ich würde ja gerne mal gucken, wie läuft das bei euch. Same, same, same. Oh, nee. Oh, ich hasse das. Oh, ich hasse das so. Oh, mein Gott, das war gut. Oh, ja, so. Es lenkt sich aber auch so scheiße, ne? Ja, ich weiß nicht, wer das designt hat. Ich leck. Ja, ich leck auch noch. Online-Leggy-Leg. Ich fasse es hier nicht. Oh, stark. Hey, Gnu ist actually cracked. Sei mal nicht so gut jetzt. Nee. Hey, guck mal, du hast 90 Punkte. Oh. Warum bin ich so schnell? Oh, das war so knapp. Ganz knapp. Oh, mein Gott, Gnu, das war so knapp. Scheiße. Oh, mein Gott. Ihr seid einfach schlau. Das ist scheiße. Also, Yoshi, heute sauge ich dich nicht ein. Ach, komm, Gnu. Gnu. Wieso machst du diese? Diese, diese. Here we go. Here we go. Biffi. Ich hab reingeswadet, wirklich. Ja, ich auch. Ich hab so reingeswadet. Und als dann Tim Moritz sagt er... Yes, guckt euch das an. Oh, der erste Stern. Guckt euch das an. Was hab ich gesagt? Tim Moritz, erster Platz. Ja, let's go. Er hat die höchsten Zahlen gewürfelt, der kleine Rabauke. Steh sein, Alter. Da bringen unsere ganzen Mützen auch nichts mehr, wenn Tim Moritz uns so outplayt. Manchmal muss man einfach alle abziehen. Das Gute ist, dass Tim Moritz jetzt pleite ist. Er könnte einen Pilz oder einen Pilzwürfel leisten. Komm. Geil, lieber den Pilz mit Mann. Manchmal muss man investieren, um voranzukommen. True that, true that. One step zurück, um zwei nach vorn. Oh, noch ein Glücksfeld. Alter, zum Hosen. Bei ihm läuft aber auch anders, oder? Ja, was ist da los? Du hältst schon wieder einen Pilz. Jetzt aber so ein Faunarzt, du. We stay winning. Er hat einfach Soa. Soa? Würfel. Okay. Boah, ich bin so weit zurück. Ich hab nur so kleine Zahlen gewollt. Scheiße. Ich kann mir da auch noch einen kaufen. Oh ja, du hast einen Stern. Ja, dann mal her, damit. Die Kosten sind Zeichen heute, oder? 20, ja, klar. Hä, ich dachte immer, die Kosten 10. Ah, nee. Das ist ja das andere Mal. Das stimmt. Die kosten nur 10, wenn du Sonnen... Es kostet die Hälfte kriegst. Wird mir heute echt voll beschenkt. Was ist denn da los? Ein 10? Uh, 7. Habt ihr eigentlich eures Switch? Okay, kann ich mal eine große Zahl würfeln? Ja! Auf Ansage. Wow, geil. Simon ist tracked, actually. Actually tracked und ein Glücksfeld. Habt ihr eures Switch leiser gestellt, oder? Ich finde, man ist so laut. Ich hab nicht so ein bisschen... Du kannst das Spiel leiser stellen, also du kannst das Spiel leiser stellen. Aber was mein Problem ist, dass Maluna ein bisschen leiser ist heute. Maluna, bist du leiser als sonst? Ey, ich hab mir noch nicht viel gesagt. Vielleicht bin ich auch zu weit weg. Maluna ist einfach so gebrochen. Nein, alles gut. Entweder Doppelwürfel oder 20 Münzen. Ich will nur das Beste. Let's go! Okay. Der Gierige hat... Äh, Dings. Der hat die... Long, jeder. Come on! Ja! Wow! Erstmal voll auf Joshi drauf, so Rückrad brechen. Let me have him. Geil. She have him. She have him. Okay, Simon, du weißt schon, ne? Jetzt, äh, Knallgas. Bleibt der Stern immer da? So, ich bin letzter. Ich glaub, der wechselt immer, oder? Nee, nee, der bleibt immer da. Echt? Bei dieser Karte bleibt der Stern immer an der gleichen Stelle. Ah. Ist, 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 ist. Oh mein Gott, schöne Arsch an den Keks ran gerieben. Ja, aber so hast du jetzt abgedrückt. Ja, aber so hast du jetzt abgedrückt. Ja, jetzt ist halt wieder noch. Ist super illegal. Oh, na, oft. Oh, na, oft. Maluna! No, no, no. You're dying. Oh nein, dieses Spiel. Was ist das? Das ist illegal. Irgendwie gefällt dir gar nichts, Simon, oder? Wir müssen hier ganz oft springen. Weil wir müssen die Piranha-Pflanze gießen. Ja, wir auf der Wolke müssen einfach springen und Maluna muss fahren und springen auch. Aber das ist ja voll gemein, wir müssen ja nur spammen. Ja, ja, aber wir müssen richtig Hardcore spammen. Ja, aber das ist für die drei Leute sehr, sehr schwierig. Das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Ja, ja, also. Also spart die Fingerkraft auf jetzt. Jetzt guckt Maluna nicht alles vortrainieren hier in der Bauch. Ja, ja, ja. Hier ist Maluna Hawk, Alter. The Pony Hawk of Donkey Kong. Also wenn ich jetzt eine Kanalwette machen würde, würde ich jetzt sagen Maluna. Aber wer ist nicht... Vollgas, 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 ja. Ah, 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 ah. Es ist gut, wenn wir nicht gleichzeitig springen, ne? Damit immer so... Ach so, ja. Immer was ist. Ah, gute Idee. Aber meinst du, das funktioniert so? Ja, das funktioniert so. Okay, dann versuch ich auch meine Rhythmus anzupassen. Ja. Oh, viel besser. Viel besser. Ja. Du actually cracked. Actually cracked. Komm. Mann, Maluna muss sterben. Oh, man go jetzt. Die Arme. Und wenn ihr ganz kurz A drückt, dann macht ihr kürzere, kleinere Sprünge. Dann geht's noch schneller. Oh, krass. Ihr müsst ganz schnell A tappen, ne? Nicht zu hoch. Oh, komm, schneller, schneller. Nein. 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 Sie sind aber auf Sesh. Das kann man nicht gewöhnen. Oh Gott. Aber hat man nun auch sehr gut gemacht. Weil wenn sie da ohne Fehler durchkommt, hat sie es einfach geschafft. Ja. Ist stark. Also Fingerfertigkeit war da gerade irgendwie. Onfleet. Naja. Naja. Yoshi kann sich halt einfach mal 10 Sterne kaufen, ne? Geisteskrank. Bitcoin gemacht hier. Peach. Du hast vorher falsch gerechnet. Aus. Hast du ja falsch gerechnet, du? Item. Nein. Oh. Mathe. Quick Math. Pilzaktivierung. Pilzaktivierung. Glück, Glück, Glück. Herzaktivierung. Boah, ne 9. Krank. Ja. Und der hat noch zwei Pilze. Auf die 9er. Zeit für die Blumenlotterie. 10 Münzen bringe ich ans Ziel deiner Träume. Nein. Du hast gar keine Münzen. Geil. Dann verpässe ich. Keine Blumenlotterie, dann wähle einen Blumensamen aus. Nur einer bringt den Hauptgewinn. Oh. Er kann den Hauptgewinn bekommen? Pass auf. Der Hauptgewinn ist das Bowser-Felch. Das ist richtig scheiße. Dann geht's auf die Bowser-Strecke. Was? Einer aus den Vieren kriegt die Bowser-Strecke. Bitte nicht, bitte nicht. Ja. Oh, zum Glück. Was das? Ja, leider ist dir ein Besuch beim König Bowser nicht vergönnt. Oh mein Gott, du hast recht. Es geht nämlich nach rechts. Da ist noch so ein extra Feld. Und da sind die Bowser-Felder ganz viele. Stimmt, das sind ja auch seine Arbeiter, ne? Leider ist dir ein Besuch nicht vergönnt. Wie, der guckt immer so enttäuscht, der Gummer. Das ist so funny. So, was hast du denn so alles? Zeig mal. Was ist denn Glückszahlwürfel? Glückszahlwürfel kannst du eine Zahl aussuchen. Von 1 bis 10, die du würfelst. Bitte. Hey, gönnt's mir doch. Wieso nur? Oh, sie nimmt den Doppelwürfel. Der Warp-Würfel ist tatsächlich gar nicht so geil, weil da wechselst du random mit irgendjemandem. Das sagst du mir jetzt. Okay, komm. Ich brauch nur eine 4. Bitte, ich brauch nur eine 4. Bitte, bitte, bitte. Ja, eine 10. Let's go. Oha. Wie du es immer vorher würfelst, bevor ich sehe. Die letzten werden die ersten, meine ich so. Du bist ja so krass. Wie machst du das? Ich hab einfach den Würfel gegagt. Let's go. Simon ist Heckerman. Ich dachte schon, ich komm gar nicht mehr voran hier. Heckerman. Impressive. Okay, okay. Aber er schafft es nicht zum Itemshop. Oh, oh. Was hab ich? Oh nein. Oh mein Gott. Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Yoshi, was hast du denn da gefunden? Ich überrasch dir. Wo kommst du denn her? Ja, besser ist gar nichts, sag ich immer. Okay, Malona. Jetzt nur für keine 1. Oh, 1 wäre ja so krass. Aha. Ich bin raus. 7 ist auch nur eine breiter gemalte 1. Gut gemacht. Nimm diesen Bonus von 10 Münzen. Oha. Wenn du einmal das Spielfeld sozusagen komplett von vorne überkreuzt, wie bei Monopoly. Das ist so eine Monopoly-Map. Oh, schau. Oh, Finanzamt. Finanzamt. Ich darf es so steuern. Okay, Mann. Oh, das Spielspiel gibt es 2 Münzen und wir spielen alle gegen Maluna. Oh nein. Das heißt, wenn Maluna jetzt gewinnt, kriegen wir doppelte Münzen. Oh. Ja, ja, Lüder, geil. Oh Gott. Okay, Leute. Wir müssen jetzt als Team hier zusammenarbeiten. Maluna kann so Wellen machen, wenn sie springt und wir müssen drüber springen. Oha. Okay, das soll ich sie mal gleich machen. Ich bin fast kaputt gegangen. Ey, du wieder da. Alles gut. Was ist passiert? Ich habe meine Switch runtergeworfen. Oh nein. Und dann nur, dass ich mich vermissen wackelkontakt habe. So, was soll ich machen? Du musst immer so springen. Du musst Wellen machen. Stammfattackis. Oh nein. Mach mir das nochmal. Ja, ich bin nochmal runter. Dann nochmal gucken. Also, die kann große Sprünge machen. So eine fette Stammfattacke. Und nochmal. Man kann gar nicht springen. Noch, ihr könnt springen, aber ihr müsst halt versuchen, näher ran zu gehen. Ach so, nochmal, nochmal, nochmal. Okay, einmal noch. Letzte Übungsrunde. Ey. Ah. Ey. Ihr müsst näher ran, ihr. Okay, jetzt habt ihr keine Soundgut. Ihr Idioten. Mit wem bin ich hier im Team? Simon. Da kann man nur unterdrücken. Da hat jemand viel Fall Guys gespielt. Nein. Wir müssen näher ran, jetzt näher ran, Leute. Näher ran. Ja. Näher ran. Geht näher ran. Fürs Team, fürs Team, fürs Team. Ich habe Angst. Was? Hä? Nein, ich bin tot. Verdammt, ich habe mich verklickt. Jetzt kann nur noch Klu gewinnen. Klu, Klu, Klu. Mach es, mach es, mach es. Nur noch 20 Sekunden. Komm. Jeder sitzt, jeder muss sitzen jetzt. Jeder Sprung. Super gut, kuper gut. Oh Gott. Ja, Klu. Oh Gott. Klu, let's go. Ja, noch 10 Sekunden. Klu, you can do it. Du bist actually cracked. Leute. Leute. Klu. Klu. Ja. Klu. Klu. Klu hat es geschafft. Du hast es geschafft, fürs Team. Mein Kopf ist schon richtig rot, ey. Oh mein Gott. Klu. Ich sterbe heute noch an einem Herzinfarkt. Alle kriegen 20 Münzen. Das ist hart jetzt für Maluna. Das ist hart. Das Stresslevel war anders gerade. Ey Maluna, du hast aber auch um dein Leben getwerkt, ne? Boah, Klu hast es gecarried. Ja. Du, du altes Gamer Girl. Gamer Girl. Sie wohl. Fellow Gamer Girl. Are you winning, son? Are you winning, girl? Bamm. Off. Acht. Du altes Gamer Girl. Du bist voll schrecklich, ne? Gamer Girl. Es sollte extra schrecklich liegen. Ja, Geld. Ich liebe Geld. Dann geht's. Ihr eigenes Feld. Was macht die Pflanze jetzt mit dir? Oh, du kriegst mindestens mal, dass ihr eigenes Feld ist. Danke. Für 30 Münzen wird eine große Erdbeerpflanze, ja. Aber was bringt dir das? Das klaut, ich glaub, es klaut einen Stern. Was? Ja. Ja. Wenn man da draufläuft, oder was? Ja. Was? 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 Here we go. Was? Bördo ist mega. Oh, Nixfeld. Das ist stark, das ist stark. Sehe ich das hier? Münzen? Ist ja okay, aber Sterne klauen? Ich erhalte einen Pilz. Was bedeutet das jetzt? Ey, Leute, Tim Horus kann uns jetzt unsere Sterne klauen. Wisst ihr, was das bedeutet? Er muss sterben. Er muss abgestochen werden. Nein, nicht schon wieder eins gegen drei. Nicht wie letztes Mal wieder. Oh nein, Tim Horus. Oh, da gönnt sich aber jemand, du kleiner Gönnjamin. Da muss gegönnt werden. Wenn man noch ein bisschen Münzen hat, muss man auch ein bisschen investieren. Das ist doch. Glücksfeld, let's go. Ja, da geht es ja richtig ab hier. Oh, dann Doppelwürfel, war auch schön. Simon, einfach von der Sonne geküsst. Einmal nur Liebe jetzt und nur Glück. Let's go. So, mein Turn. Nicht, keine Eins. Oh Gott. Das war knapp. Oh, noch was. Oh, mein Gott. Malula, wie oft kriegst du das? Crazy. Das ist 12 Münster. Das ist ganz krank. Hat geschmeckt. Alle gegen alle, okay. Okay, und ist alles scheiße ungefähr? Alles auf Baseball, ich hasse das. Ich muss zwar ewig sagen, ich hasse das. Oh, nein. Oh, nee, also das kann es ja wirklich knicken. Das Timing ist super schwer hinzukriegen hier. Das ist wirklich scheiße. Ach, vergiss es. Was ist denn das für eine scheiße? Ey, Mann, ey, Drecksspiel. Okay, let's go. Nee, warte mal. Vor allem die Langsamen sind auch so fies und die Dreher sind auch so fies. Ey, komm, so ein Rotz. Ich mache den Start. Ich will es gar nicht. Oh Gott, das wird schrecklich. Ich brauche jetzt komplette Ruhe. Okay, ruhig, ruhig, Leute. Ich muss mich jetzt hier komplett konzentrieren. Warte, 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 meine Kamera ist davor. Pause. Nein. Hier kann ich Pause machen. Wie, deine Kamera ist davor? Wie geht das denn? Naja, ich gucke in den OBS-Screen. Ach, scheiße, du guckst OBS, okay. Aber warum? Ja, mach doch Bildschirm. Oh, scheiße. Das ist um nicht mit den Einstellungen. Oh, scheiße. Ah. Scheiße. Das war Ablenkung von Maluna. Nein. Hä? Hä? Wir treffen gerade Adeln nix, ne? Oh. Oh. Ende. Oh, ich bin nicht letztend. Boah, Junge, das war ja, das war ja, das ist ja, was zum Teufel. Hey, Gnu hat gar nicht vorher Bescheid gesagt, wie krank es ist. Du bist komplett krank. Das ist gerade einfach nur Glück. Ne. Doch. Oh, ich habe reingeschissen, Alter. Ich verliere bei Mario Party immer. Na gut, wer weiß, was noch passiert. Die Switch hat vorhin nur die Statistiken genommen, gesehen, dass ich bei Mario Kart so verkackt habe und weil die wissen, dass ich jetzt fast keine Switch mehr spiele. Lassen sie mich jetzt gewinnen. Ehre. Das ist... Ehre. Taktik. Nintendo einfach Ehre. Ich Ehre. Und, Gnus, wie sieht es aus? Wie viel habt ihr verbettet? Ah. Oh nein, ein Ereignisfeld. Kann es sein, dass du durch die OBS-Screen ein bisschen Delay hast? Sag mal. Das kann wirklich sein. Das ist wirklich, glaube ich, so ein bisschen so. Aber... Also, ich gucke Switch immer über... Also, ich gucke den Switch-Display immer nur über den OBS-Screen. Echt? Aber wieso machst du nicht einfach Monitor... Über Elgato und dann auf ein Ding? Auf Monitor, ja. Das ging irgendwie jedes Mal nicht bei mir. Ich habe tatsächlich meine Switch per HDMI an einem anderen Monitor. Ja, ich auch. Ich schalte es dann um. Genau. Das finde ich eigentlich am coolsten so. Oh oh. Einer bringt dich zum Bowser-Feld. Oh oh. Welche nehme ich denn? Oh, es wird immer weniger Samen. Oh mein Gott. Ich glaube an den kleinen Samen. Oh nein. Wenn du jetzt nicht ins Bowser-Feld kommst... Nein, bitte nicht. Dann hoffe ich auf jeden Fall ins Bowser-Feld. Nein. Oh yeah. Oh mein Gott. Glück gehabt. Oh mein Gott. Trotzdem habe ich 10 Dollar verloren. Oh nein. Ja, kannst du kaufen. Ach so, ich dachte, das wäre deins. Das ist deine Chance jetzt. Oh, sie geht for the big ones. Ja, sie geht for the big ones. Rein da in die Creme. Yes. Massive. Geil. So, Simon. Es ist Zeit, mir deinen Stern zu geben. Hunger hat die Kontrolle. Oh nein. It's time to die. Was machst du denn da? PhD ist viel zu schön, um wahr zu sein. Er überlegt, er macht Mathe. Mathe. Oh, der willement ganz sicher gehen. Oh. Willst du uns teilhaben lassen deine Gedanken? Wenn ich mir das nicht verzählt habe, dann habe ich jetzt eine 5 und komme auf das Feld, was noch nicht jemand gehört, aber wenn ich jetzt Pech habe, wenn ich jetzt Pech habe, komme ich erstmal auf den Bowser-Kuchen, das ist das Allerschlimmste. Sepp, hau's auf so einen Mutterkuchen rein, da. Oh mein Gott. Okay. Ey, Simon, ich bete für dich, okay? Alle Gebete, die ich habe. Bitte, wenn ich jetzt ins Bowser-Feld gehe, kotze ich. Ich kotze im Strahl. Komm, du musst survive in survive. Oh, geklappt. Aber der Letzte hat jetzt die Arschkarte, ne? Ich habe das manifestiert. Ich habe das manifestiert. Danke, danke dir, Horus. Ehre. Ich will, dass ich irgendwas ausmache. Kaufst du mir die jetzt weg? Hä? So, die zählt für beide? Ich dachte, die zählt nur für eins. Oh nein, das tut mir jetzt aber echt schon fast leid. Oh mein Gott, ich habe sogar gezielt dahin gegangen, weil ich nicht wusste, dass die für beide zählt, weil ich die Map nicht kenne. Oh nein. Oh, das, ey, das hätte ich, okay. Also, der war echt geschenkt. Ja. Hä? Ich dachte, das zählt nur für eins. Dafür sauge ich dich nachher ein, okay? Oh mein Gott, egal. Ey. Das wüsste ich ihm wirklich nicht. Oh weh. Kauf dir den. Oh nein. Das wusste ich nicht. Nein. Das wüsste ich nicht. Was bedeutet klein, dass du nur ein Feld hast, oder wie? Nee, Münzen klauen. Ah, okay. Er klaut Münzen. Ah, okay. Warum klaust du nicht so groß? Oh mein Gott, ich habe so Lust auf Torte. Ich auch, ey. Ich hätte so Bock. Bestell dir doch eine Torte. In Berlin kannst du alles bestellen. Ich bin ja Spandau. Ah, scheiße. Tut mir leid. Oh Mann. Da gibt es halt echt nichts. Spandau, oh nein, nein. Katastrophe. Oh nein, nein. Jetzt wissen wir wenigstens, dass diese... Ich muss vergessen, dass es bei mir Spandau war. Hä, was müssen wir denn machen? Einfach auf die Felder, wo nicht eine Null ist. Also ihr müsst die Zahlen gucken und dann, ne? Also Mathe. Ich hasse Mathe. Na, du musst ja nicht gerechnet. Naja, eine Null entdecken. Schon Mathe. Katastrophe. Katastrophe. Ich bin gut, da eine Null zu entdecken. Walla Crise. Ah, ich bin weg. Walla Crise. Walla Crise. Kennt ihr das nicht? Ja doch. Ja doch. Oh Mann, ey. Ich ärgere mich gerade so, dass ich dachte, es ist nur für ein Feld. Einfach selber ausgesucht, sodass ich aufs Feld komme. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Scheiße, Entschuldigung. Ne, mal Luna schubs ich nicht. Katastrophe, Katastrophe. Einfach pazifistisches Gameplay hier. Niemand macht was. Oh, mein Brain hat ausgesetzt. Oh, mein Brain war einfach weg. Ich dachte, der Timer, auf den Feldern war der Timer von der Zeit und ich habe einfach mit stehen geblieben. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Nein, habe ich nicht. Das ist so. Oh mein Gott. Ey, zweimal so reingeschissen. Jetzt muss aber was passieren hier. Okay, Leute, jetzt geht's. Here we go. Kannst du dich nicht mal synchronisieren. Jo. Oh nein, ich möchte mich verstecken und verkriechen. Yes. It's your time. We go. We go. We go. Kannst du keinem erzählen. Ich hol mir einen Glückswürfel, um auf das Fels zu gehen. Nein, Simon, du musst den synchronisieren. Yoshi. Yoshi würde doch wie dieser T-Rex von Maluna. Ja. 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 You can do it. Sieben, nur sieben bis zum Stern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Katastrophen. Katastrophenrunde für Maluna. Oh nein. Oh nein. Kann ich euch wegschlaubsaugen? Bitte nicht, bitte nicht. Oh, wie soll ich denn das schaffen? Das machen Sie bei Squid Game? Ja. Wie sehe ich denn aus? Ihr müsst rotieren, ihr müsst rotieren. Was? Okay. Drehen. Okay. Warte mal, müssen wir den Rechten drehen? Ich finde es gut, wie das steht. Man soll die Handinnenfläche nicht benutzen. Genau das mache ich. Ja. Müssen wir den Rechten oder den Linken drehen? Boah, ich hatte das früher so blasen. Im Uhrzeigersinn, okay? Das ist so falsch aus. Schafft ihr das? Schafft ihr das? Schafft ihr das? Nein, im Uhrzeigersinn. Die linken Stick im Uhrzeigersinn. Ja. Okay? Einfach nur im Kreis drehen. Schafft ihr das? Ganz schnell, ja. Ja, ja, okay, dann los. Okay. Maluna, die Horus, einfach jetzt nicht aufs Spiel gucken, nur drehen. Mit der Handinnenfläche. Ja. Mit der Handinnenfläche. Okay. Das stand da. Let's go! Let's go, dreht! Dreht auf euer Leben! Ja, ich drehe! 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 Ja! Das geht nicht! Nein! Ich sehe so bescheuert aus einfach nur. Warum machen wir die ganze Zeit 3 gegen 1 Spiele? Das geht doch nicht! Oh, meine Hand ist voll aufgeschürft. Die sind verhältnismäßig auch... Also 1 zu 3 ist meistens so, dass der, der allein spielt, gewinnt. Ja, der allein spielt auf jeden Fall meistens einen kleinen Vorteil. Holy fuck! Ich hab den Controller nicht mal berührt, ne? Here we go! Oh nein, Leute! 2 bis zum Stern Katastrophe. Ich brauche eine 1. Weil ich kann den Stern jetzt nicht... Ey Leute, ihr müsst für mich boaten! Krass! Merkt schon, die Mario Kart Runden haben jetzt unser Verhältnis zueinander und unser Vertrauen gestört. balls geh mal rein! Hände, du solltest ich aber vor dem Stern bleiben. Ach so, weil ich ja gelbter es! So gebrochen, Alter. Das war so gebrochen. So gebrochen. Birdo im Bowser Cosplay. Kinda hot, alles klar! Kann alles verbläht werden. Nein! Nein! Ah! Nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Oh nein! Wie er dich anguckt? Habt ihr gerade im Blick von ihm gesehen? Ja, nein! Nein. das ist aber traurig kann auch schlecht werden von der tränenbrüse bereit das sollten sie beim bose fällt auch sein 10 münzen okay ist okay 1000 münzen gibt er ihnen eh nicht also er gibt ihm niemals gibt er 1000 münzen das ist ja und wenn das kommt dann sagt er so hast du gedacht und dann kriegt ihr irgendwas ab oder du kommst wahrscheinlich einfach ohne strafe davon dann aber 100 münzen gibt es wirklich auf jeden fall der bowser fällt ja doch 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 sicher hatte ich schon hatte ich schon ich würde am liebsten einfach alle gegen alle spielen immer flüssig bleiben nein das ist das wo du rat muss wo uns verstecken oder merken was du machst wir müssen merken was er macht weder ein wickrichtung die spieler guckt die andere richtung wir müssen entgegen deine richtung ok 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 wird erzählt bei diesen stern und dann müssen wir im letzten moment scheiße aber wir haben die andere richtung von ihm oder nicht immer das ist einfach glücksspiel einfach keine glückssache seine glückssache haben alle geworfen weil wir nichts gemacht haben also immer in die andere richtung schauen wie er schaut ok 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 da denkst du denkst du aber nee sehr gut team outplayed ja ich bin stolz auf euch ich bin einfach ich bin einfach nur gebrochen die letzten vier runden würde ich am liebsten zeit aber es kommt noch kommt doch immer diese prediction dann bekommst du nachher so bestimmt dass du gewinnst doch immer so dass der letzte dann die projekt schon bekommt da einfach nur ich werde nur sterben wollte sich einfach seinen zweiten stern verdient ja gut gemacht genuss dieses 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 kind was den ball gegen kopf diesen kuchen essen ja ich bin so gebrochen ich bin so gebrochen ich bin so gebrochen da macht sogar sinn doppelwürfel dann kannst du mich kein eins mehr würfeln ja das will ich nämlich verhindern dass ich in die hölle muss und gemacht mit diesem bonus geil ich will über dieses ich nehme den wöchel gott zum glück hast du nicht den stern gewonnen ja genau ist sehr gut sehr gut wo hätte sie da stern ja dann hätte ich geweint nein nein ein weiteres mal müssen klauen was krass die ganze haben müssen klauen oha let's go piranha pflanze let's klau den ich muss hier ganz ich muss hier ganz dringend raus aus dieser runde krass die geht halt dann treffe ich den Zweig ehrlich ich wäre es mal so aber du kriegst Gold das smasht doch den Button aber da kommt etwas einfach das Glück einfach der glückliche ich bin zurück ich bin zurück let's go da ist der Stern da ist der Stern kämpfen und siegen da ist der Stern wieder stark oh mein Gott actually cracked das war richtig cracked oh mein Gott jetzt geht es wieder bergauf es war lange Zeit bergauf aber jetzt muss es bergauf direkt die Endorphine direkt wieder activated 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 nice Sterne erhalten Stern ja let's go Gold erhalten Gold erhalten oh heute wir doppelte Münzen alle doppelte Münzen das ist gut ja warum war ich denn jetzt rot vielleicht guck mal Guetta guck mal Guetta Lawinenschlawiner guter Name ach das ist achso wir müssen hier Schneeballe machen achso ja aber wo habe ich einen Schneeball achso mit A machst du einen B und dann rollen und dann schubsen hä und dann na dann rollen und dann der wird immer größer achso wenn du jemanden triffst okay okay ach man kann ihn auch man kann ihn auch schießen man kann ihn mit A mach nicht mach nicht oh ne 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 okay okay strong 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 okay gut nein nein ich bin doch so arm ich sauge dich ein wenn du wärst ich sauge nicht okay 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 bitte lass bitte alle nicht gegenseitig hier töten lass Pazifismus machen bitte okay dann töte mich nicht genau du sagst Pazifismus und räumt gegen mich Timoos okay Timoos ich mache es ich mache es nicht erledigen Gnu nicht du hast mich angelogen Timoos du hast mich angelogen ne ich würde niemals machen würde ich niemals machen Maluna Maluna du hast ihn gerade gerettet Leere ey Gnuos oh der ist der ist jetzt warum alle auf mich ich hab gar nicht angelogen Timoos oh scheiße eure Kugeln leuchten geh weg da Gnu geh weg da Gnu ich hab gar nichts gemacht gar nichts hab nur eine Bier getrunken ich hab nur eine Bier getrunken du hast mich angelogen hey du Schwein los Maluna los der muss leiden lass ihn leiden ja lass ihn leiden lass ihn leiden ja oh Timoos oh du stehst eine vorm Stern tschau du hast nämlich schon genug Sterne es reicht hä noch 5 Runden wie schnell das war actually schnell hä das ist doch keine Stunde 54 Minuten sagt die Zeit krass wie die Zeit vergeht actually cracked ja das macht einfach Spaß ja das können wir öfter machen alle haben zwei Sterne und ich habe eben auch einfach 0 ja ich finde Mario Party zum Beispiel auch viel entspannter ja ich auch Mario Party viel geiler als Mario Kart Mario Party bin ich dabei Mario Kart weiß ich nicht Mario Party ist einfach geil Mario Party ist einfach geil auch wenn ich gerade letzter bin ist mir scheißegal auch wenn ich gerade letzter bin ist mir scheißegal Luigi's Mansion das ist auch super nein oh ja ich finde ich kann man irgendwie nicht tilten das geht gar nicht doch ich tilte gar nicht doch äh ich meine Simon oh es gibt 10 Münzen was will ich mit 10 Münzen ihr gib mir auch irgendwas Gutes du dummer Scheiße also ja bei Mario Party kann man überhaupt nicht 10 Münzen es ist 10 Münzen hast du jetzt Mitleidsmünzen bekommen? ich hab 10 Mitleidsmünzen bekommen das war genau wie letzte Woche gerade alle gegen mich wie süß hier we go hier we go ich bin gar nicht ein Stern davor Simon wie du gesagt hast du bist nicht eine Mensch kosten die jetzt auch mehr die Sterne? äh du bist schon am Stern vorbei? ach du bist schon lange vorbei ja ich hab doch einen gekauft letzte Runde ach so ja dann hat es eh keine Rolle gespielt ne? genau genau ok Doppelwürfel kann ich gleich zweimal würfeln yes oh gleich alle gegen mich oh nein ey Katastrophe was hab ich denn da noch an Items? was ist das? Pils kannst 5 Felder mehr laufen ja why not du kannst du du kannst du ne 9 ne 14 10 starkes Ding krank du kannst es kaufen ne? ja du bist reich du hat einfach 3 du bist reich saftige Gnu saftige Stern saftige Gnu kauf saftige Stern auf türkischen Bazaar stark auch super Pose super dargestellt Glücksfeld ein Stern kostet dir nur die Hälfte in den EC Münzen die hab ich bekommen als Trostpreis die krieg ich einfach so ich glaub hier noch was kaufen wär echt mega auf ihn oh mein Gott ich werd ihm noch einen Stern verlieren ich werd noch oh mein Gott ne ich glaub es sind nur Münzen oder? oh nooo ja danke oh nein sie wollen scheiße das lief ja gar nicht gut das lief ja gar nicht gut oh nein sterne halten nein ich hab null oh nein that's fucking go oh nein that's fucking go ich werd hier auf diesen Kuchen ich werd dieses Kuchenfeld nicht mehr spielen that's fucking go das war das erste und letzte Mal dass wir Kuchen spielen tschau ja ok ich hab diesen Stern zurück bekommen um ihn dann wieder zu verlieren das ist ein geben und nehmen Simon diese Würfel essen die sehen auch lecker aus das ist alles lecker oh 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 ich bin gespannt oh oh ist das jetzt nicht der letzte Samen? dein letzter Samen der letzte Samen? der letzte Schuss? oh shit das ist pausa oh oh gratulation glücksbild also die Blume sieht schon sehr schön aus glücksbild oh oh nur negatives eui 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 ähm ich möchte so viel Negativität nicht in meinem Leben ja Maluna go ok wir müssen jetzt zerstören direkt der Druck aufgebaut tschufi 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 das können wir mal ja das können wir achso ich muss den Schalter hier achso ich muss den Schalter mal aktivieren Spam, Spam, Spam achso Spam muss man dann ja ok ok haben wir verstanden lass einfach starten ja ich will auch noch probieren wir müssen nachher über diese Famer springen ja ja ich weiß ich glaube ich habe das schon mal gespielt ja letztes Mal es war super knapp ok ich hab's ja dann startet ok wir müssen dich zerstören es war mir kein Druck ich hab nur Pech jetzt jetzt müssen wir gewinnen ja ok ok komm Spam ist so oft wie du kannst ja schnell 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 Power 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 Play aahhhh ja schön schönes Ding ja 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 es bringt gar nix zu springen glaube ich Ab hier wird der ist schwer, ab diesem Pfad hier. Ja, da raufspringen ist richtig scheiße. Ich dreh das mal, warte, warte, ich dreh. Ja, du, oh nee, schade. Soll ich da lassen? Halt, 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 auf. Nicht weiter drehen. Warte, dreh, 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 dreh. Ja, dreh, 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 dreh. Okay, spring du drauf. Damm, damm. Nein, ja, ich bin weg. Sorry, sorry, sorry. Du zuerst? Dreh, 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 dreh. Dreh, 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 ja, sehr gut. Oh, nee, sorry. Oh, scheiße, Katastrophen. Okay, komm, komm. Oh. Kein Problem, wir haben noch Zeit. Auf B springe ich, oder? Oh nein, ich bin ja so trash. You got this, you got this. Kannst du ein bisschen weitermachen? Ach so. Oh. Ich will mich löschen. Ich will mich löschen. Na, alles gut. Der Druck ist zu hoch. Mitte, 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 Mitte. Katastrophen, Ronin. I can do it. Oh, scheiße. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt aufpumpen, jetzt aufpumpen. Ich war noch. Äh, 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 äh. Was ist das für ein Stressspiel, Mann? Oh. Ja, gut. Der hat es verstört. Under pressure, ey. Ich glaube, das lag an mir. Nein, nein, nein. Geil. Geil. Under pressure. Das Geheimnis ist, erst zu springen, dann zu lenken. Okay. Scheißig. Aber es ist wirklich ein bisschen schwer zu kontrollieren. Ich hab null. Es gibt noch vier Runden, das ist eigentlich unmöglich. In den letzten Runden passiert immer das Wildeste. Und jetzt noch eine BAM hinterher. BAM. Ja. Yes. Ich hab den Weg schon frei gemacht. Es gibt keine sternfressenden Pflanzen mehr. Hab ich ja die Hände nicht vorgestellt. Ach, schon wieder jetzt? Ich hab nicht mal acht. Der 10, hä? Null. Ach, dann nimmt er der 8. Das ist voll der Arschi. Du hast der Bowser. Oh nein, warum hast du den Bowser zusammengenommen? Nee, das hast du nicht. Nein, nein, das ist die Blume. Ach doch, das ist der Bowser. Nein, der große, immer Blume. Wie du dich schon drauf vorbereitest. Oh weh. Oh weh, das ist der Bowser. Der lange Schlung, da ist immer nicht das Bowserfeld. Der lange, was? Ja, Geld. Geld. Oh, der kriegt wieder die Pflanze. Ich raste. Ich glaube, du kannst es nicht leisten, oder? Natürlich. Puh. 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 Yes. 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 Wow. Okay. Ich hab immer das Bedürfnis, die nachzumachen. Ich weiß auch nicht, warum. Oder die alle so... Du willst doch ehrlich gesagt, du willst doch gar nicht gleich ein anderes Spiel spielen, oder? Under pressure. Du willst doch lieber noch eine neue Runde spielen. Oh Gott. Alles gut. Aber ich finde das sehr schön, dass wir zusammen spielen. Ja. Ja. Ich hab extra für euch null Sterne. Oh. Schön, dass ihr alle hier seid. Oh, süß. Können wir irgendwann mal zusammen Torte essen? Ja. Ja. Hast du eine backen? Boah, das wär geil. Und da hört's wieder aus. Aber warum hast du denn das Bowserfeld genommen? Das ist Bowserfeld. Hey. Simon täuscht immer an. Oh wehe. Toll, ich geh genau an den Dingern vorbei. Toll. Kann mir wieder keine... Achso, das war gut, weil es war ein München-Abgang. Ja, ich dachte grad, was ist los mit dir? Ich hab heute schon wieder draufgehen. Oh nein. Ey, warum... Simon, hast du eine große Küche? Noch nicht, aber bald. Okay, dann machen wir den Backstream mit der Torte. Oh yeah. Oh, Bowser. Ich hoffe, du hast schön gespart. Ich habe nämlich was für dich. Oh, Bastian. Ein Gegensatz, der über Generationen weitergereicht worden ist. Ich will ihn nicht. Du warst nicht für 15 Münzen. Nein. Nein. Oh, du hast gar keine Wahl. Du musst. Oh, ein Pechwürfel. Oh Mann. Das ekelhaftste Item im Spiel. Du Hund. Ich weiß, es kostet nur drei. Na und? Oh nein. Jetzt komme ich beim Stern an, aber habe nicht genug. Mir fehlen drei. Hast du das Boser-Prässe-Abkürzung? Oh no. Aber es war doof, dass du so viel verloren hast. Schade, du hast nur zwei Sterne. Simon, für dich wäre die Abkürzung richtig gut, weil du so viele Münzen hast, die du nicht verlierst. Ich will einfach nur einen Stern. Aber ich habe ja von Anfang gesagt, mein Ziel ist entweder Erster oder Letzter zu werden. Ich glaube, es ist entweder Erster oder Letzter zu werden. Oh nein, das ist blöd, das ist blöd. Ja, ja, man muss ins Ausspringen. Ja, man muss ja ganz schnell ins Wasser springen. Das Erste ist im Wasser, es gewöhnt. Ja, ich bin zertrampelt worden. Hört auf auf mir zu trampeln, Leute. Ich habe nicht mal was gemacht. I am out. Oh mein Gott, wenn es den Stern gibt für die meisten gewonnene Winchspiele, dann bin ich ganz hinten. Die Arschbomba hat gar nichts gebracht. Also dieses Mario Party, da läuft es sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Fokus, Fokus. Drei Runden noch. Here we go. Here we go. Here we go. Böfel. Komm, jetzt die 10. Oh, fast. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Money. Money, 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 money. Danke. Von wem nimmst du, Diddy? Weiß ich nicht, von der Welt, keine Ahnung. Die reichen mir dann immer reicher. Nein, ich wollte eigentlich den Sch... Oh nein, ich wollte einen Doppelwürfel nehmen. Du kannst zurückgehen, du kannst zurückgehen. Mach B. Du hättest zurückgehen können, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ganz knapp. Oh mein Gott. Diese Nägel. Ja, schrecklich. Komm, alles geben jetzt nochmal, Simon. Ich gebe jetzt alles. Oh nein. Ich gebe jetzt alles ab, was ich habe. Oh nein. Sechs winst du eh. Komm nach oben. Ich kann niemals ne Pflanze pflanzen. Ich kann niemals ne Pflanzen pflanzen. Ich will nur ein. Was habe ich dir getan? Gar nichts. Ich musste nur... Also die Reichen werden mal reicher und so, weißt du? Ich bin nicht mehr erst. Ich habe einen drauf. Oh. Du kannst wieder abkürzen. Krass. Krass. Das heißt, auch am Bosa fällt vorbei. Das glaube ich nicht. Piep, 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 piep. Die Spieler. Ich werde jetzt nicht enttäuschen, okay? Oh nein. Das ist mein Game. Ist das mit zeichnen? Ja, ne? Das ist mein Game. Zeichnen kann ich. Ich habe auch Fingerspitzengefühl. Ich habe ein ruhiges Hähnchen. Let's go. Ihr könnt schlagen. Zitter nicht. Zitter nicht. Warum zittst du? Okay, let's go. Ja. Konzentration. Konzentration jetzt. Start. Okay. Oh nein. Ich bin scheiße. Gnu ist halt auch so krank. Das darf man halt nicht unterschätzen. Oh, gute Besserung. Oh nee. Warum kann ich nicht zeichnen? Oh, nee. Alle sind so konzentriert. Geht es da auch um Zeit? Nee, oder? Nee. Oh. Ich glaube, Gnu hat gewonnen. Nee, ich habe voll verkackt beim Kreis. Ich glaube, du hast gewonnen. Ich habe es echt verkackt. Same. Ich glaube, ich habe nicht gewonnen. Simon hat gewonnen, oder? Yes. Oh, ich war doch gar nicht so schlecht. Glückwunsch, Simon. Du hast den Chat nicht enttäuscht. Du hast toll gemeint. Jetzt habe ich meinen Chat enttäuscht, weil alle haben gegen mich gewählt. Jetzt haben die wieder Münzen verloren. Die Leute, die gegen mich gewählt haben, habt ihr verdient. Hier we go. Here we go. Okay. Oh nee, ich habe ja den Pech. Was bedeutet das, dass du jetzt nur eins oder drei? Eins bis drei, ja. Kann ja auch manchmal ganz gut sein, oder? Kann auch retten, ja. Wieso nur? Die Sache ist, es gibt maximal zwei Bonussterne. Selbst wenn ich beide Bonussterne bekomme, bleibe ich letzter. Aber guck mal. Oh, komm. Manchmal ist es auch random. Vielleicht kriegst du die... Nee. Nee, sieht schlecht aus. Oh, richtig geschubst. Und ich bin eben wieder aufs Feld gekommen und habe die Pflanze weggemacht. Komm, ist in meinem Arschloch. Oh, oh. Zum Hohus, da kommt der drauf. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott. Die ist richtig groß, ne? Richtiger Popper, ey. Big Boy. It's the big boy. Boah. Okay, einen Stern haben wir. Einen Stern haben wir. Let's go. Glückwunsch. Wir haben schon zwei Sternen verloren. Werden wir diesen auch noch verlieren? Mal gucken. Finden sie es heraus. Finden sie es heraus, ja. Neue Folge von. Sterne. Die wir wieder verlieren. Die wir wieder verlieren. TV. Sterne abzocke. Alle rubschreien. Wewe. So, mein Herz. Alter, Donkey Kong. Okay. Edel. Oh. Oh Gott. Genau in der Mitte. Oh my God. Oh my goodness. Oh my. Oh nein. Oh my damn. Oh my damn. Oh my goodness. Zehn Müffel würde. Treib Sandwürbel. Was ist das? Das ist schlimm. Was ist das? Einer macht treibsam Sandwürbel. Schon wieder alle gegen Clue. Was muss ich machen? In die Richtung des Treibsands laufen am besten. Was ist das? Man ist irgendwann weg? Man ist irgendwann weg? Genau. Du darfst dich nicht einziehen lassen. Am besten gehst du voran, wenn du immer mit der Richtung läufst. Nie entgegen der Richtung laufen. Okay, 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 okay. Ich stehe da wie so eine Semmel. Wie ich euch anklotz. Das kann ich eigentlich gar nicht verlieren, weil alle kriegen ja Münzen. Das ist ein Münzen, wenn ich spiele. Genau. Immer in die Richtung. Immer in die Richtung laufen. Wie sie aussieht. Richtig gruselig, oder? Ja. Mein neues Cosplay. Ich versuchte Gold zu sammeln, das ist wichtig. Ach so, da geht es jetzt nur in Cash oder wie? Am Ende ja. Cash, money. Cream. Cash rules everything around me. Oh. Oh. Ist gar nicht so einfach. Oh, danke. Du hast mich voll reingedreht ins Money. Aber wir kriegen ja alle Geld, oder? Ja. Also man kann nicht verlieren. Man kann nicht verlieren. Ja, dann kann ich ja einfach stehen lassen. Dann gib mir einfach ein bisschen was. Dann gib mir ein Teil einfach was denn. Ja. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Weil wir haben 27 bekommen und du hast nur 10. Also wir sehen es wieder Team als Gewinner. Du musst, dass der, der noch eins draufhauen muss. Letzte Runde. Da halte ich meine Sterne letzte Runde, das wird die Frage sein. Perfect. Okay, kriege ich eine 9? Nein! Nein, 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 nein. Oh, du verlierst wirklich noch einen Stern. Krass. Das heißt, Gnu hat jetzt vier Sterne. Gnu. Guck mir so leid. Krass. Ich glaube, das sieht sehr gut aus für Gnu. Einfach die Dieben. Erste Runde dabei, Gnu. Erste Woche dabei und zack, schon. Legende. Legende auf einmal. Hast du die erhasselt? Das haben sie vorhin bei Mario Kart auch über mich gesagt. Ja, da warst du nicht letzter. Da habe ich mal den Platz warm gehalten. Aber da war ich schon echt unterirdisch. Schade, den hätte ich mir auch noch gern geholt. Oh. Oh nein, schon wieder Glück. Oh. Nicht so einen Stern am besten. Ich hatte ja noch nie so einen Block. Verdammt. Jetzt kriege ich meinen Schlund nicht voll. Okay, Simon. Massive Runde jetzt, okay? Ich will nur meinen Stern nicht verlieren. Bitte. Verlieh meinen Stern. Verhalten meinen Stern. Ja. Ein Glücksfeld. Ja. Wann ist das für ein Ausfallschritt? Ja, weird oder? Da gab es nicht viel Ausfall. Nein. Aber es gibt nur Money. Nur Münzen. Achso. Richtig geboxt, richtig gebissen. Das ist noch sogar. Achso, nee, das ist nicht mein Ziel. Auf Kehle mehr Money gegeben. Letztes Minispiel. Ja. Okay, alle ging alle. Alle scheiße. Schlaf und Schleichen. Gnou auf jeden Fall zu ihrem Sieg gratulieren. Wer sich zu früh freut, freut sich zu früh. Sag ich immer. Aber man muss hin und zurück laufen. Oh, sind alle tot. Jo. Okay. Das ist ja wie Squid Game. Ja. 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 Stark. Als ob wir da alle durchkommen gerade. Ist illegal. Uiuiuiui. Oh, stark. Oh, ne. Immer auf Nummer sicher gehen. Risiko, Risiko, Risiko. Ah, Gnou war alles signiert hier früher. Wie eklig, wie alle weg sind. Donkey kommt weg. Oh, nein. Du bist dödlich. Ich hab alles gegeben, aber Gnou war schneller. Muss man sagen, Gnou sehr stark. Also nicht nur Glück gehabt, sondern auch gute Runden abgeliefert. Also muss man schon sagen. Danke. Richtig gute Minigames gespielt, Gnou. Also insane. Actually cracked. Dann kann ich ja nächstes Mal abkacken. Der Druck ist weg. Der Filterbonus kriege ich auf keinen Fall, weil das ist der mit den meisten Feldern. Ich bin richtig wenig Felder gelaufen. Das ist, glaube ich, Tim Hoos, weil er dreifach Würfel gehabt. Ne, Birdo. Sehr stark. Hä, aber ich hab doch gar nicht so viel gesammelt, oder? Ach, du bist am meisten Felder gelaufen. Am meisten Felder gelaufen. Ach so. Du hattest auch ein paar Mal Doppeldinger. Trödelbonus, den krieg ich. Simon, 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 Simon. Ich glaube, ich hab den Trödelbonus, oder? Muss ja, oder? Ja. Ich hab wirklich getrödelt. Yeah. Super. Nein, ich hab getrödelt. Let's go. Oh, wenigstens hab ich getrödelt. Wenigstens hab ich getrödelt. Ja, Mann. Wenigstens hab ich getrödelt. Oha, einfach. Wie sie beten, das ist so cute. Oh, nein. Diese Pflanzen haben mich schon sehr aufregt in diesem Spiel, muss ich so sagen. Die sind illegal. Ich bin auch Zweiter geworden. Wie hab ich das denn hingekriegt? Gute Frage. Wie er geschrien hat. Glückwunsch. Yeah. Oh, nee. Wie ist das auch nur? Katastrophe. Dieser fette Klonke. Stark, stark. Warum werde ich immer Letzter? Ey, das... Ich reg mich immer auch so auf, dass ich diesen Glückswerfel nutzt hab. Ich glaub, du bist nicht Letzter, oder? Ich glaub, du bist nicht Letzter, oder? Auf das Feld draufgegangen bin. Joshi. Joshi. Du Dritten und ich bin da ganz hin. Ich bin zweiter Platz geworden. Ach, die meisten Münzen. Ich hab die Münzen auch gesammelt, mit Ehre. Ich bin Letzter. Nicht Letzter. Geil. Wow. Maluna. Aber du bist wegen... Du bist auch aus dem Dritten. Geil. Maluna, ich so hier. Ja, ihr teilt euch den Dritten Platz. Geil. Ihr teilt euch den Dritten Platz. Happy Ending. Ja. Es gibt keinen Letzten. Wir beide so, Maluna. Junge, aber der Abstand... Der Abstand von uns zu Birdo ist ja... Alter, guck mal. Warte, ich muss meine Kamera wegzunehmen. Geist. Toll, ich bitte das einmal an. Alle haben zwei Sterne am Ende. Und Birdo hat einfach fünf. Ja. Fünf Sterne. Gnu fünf Sterne am Start. Holy shit. Junge, Junge, Junge. Man will sie. Ja. Das war krank. Super stark. Gnu hat einfach komplett... Reingesmurft. Rasiert, muss man sagen. Hat komplett rasiert. Ach so. Details. Ist trotzdem Glücksgame. Und zwar absolut. Alles Glück. Du altes Gamer-Girl genug. Ich will Gamer-Girl. XX7-8. Hot Gamer-Girl. Einfach Ease-Boom. 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 Versteckte Blöcke. Let's go. Nice. Danke, dass ihr dabei war. Ja, echt voll freundlich. Vielen Dank, hat voll Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja, let's do the game. Darum freue ich mich, ja. Ja. Dann ein dickes Knutschi und schlaft gut. Ja, ihr auch. Schlafen wir raus. Schlafen gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Nächste Woche Mittwoch ist, machen wir nächste Woche Mittwoch nochmal Mario Party? Ja. Ja. Das hört sich geil an. Dann, äh, Dings, machen wir aber länger. Länger. Okay. Und wir könnten auch mal zu viert Fassmo machen. Vielleicht danach. Wir können ja nächste Woche Mittwoch zusammen Mario Party machen und dann zusammen Fassmo. Und danach Fassmo? Ja. Oder wäre ich dabei? Ja, ja. Ja, machen wir. Ich freue mich. Alles Gute. Sehr cool. Ich schreibe euch. Geil. Bis dann. Aui. Tschüss. Gute Nacht. Tschau. Gute Nacht. Na, süß. Das ist doch Sess, Leute. Sess. So. Gute Nacht. 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 Gute Nacht.